das ist ganz witzig eigentlich jetzt müssen wir noch die andere probieren nee, das war's ja nicht ja das war's ja okay, dumm okay, wo geht's jetzt lang Achtung, Sand Sand Pum, pum, okay direkt wieder warm naja, ja gut ne müssen Fahrrad fahren hier ja, ja es rutscht es rutscht hui bisschen sogar ich raffe nix mehr ich fahr nach hause jetzt kein bock mehr wo ist hier überhaupt meine line jetzt ist komplett anders ne ja, ich habe gerade eine angeguckt beim hochschieben vielleicht nicht die schlechteste, aber die sieht lustig aus das war knapp ja einfach irgendwo runter und guck was auf mich zukommt aber ich glaube nicht dass ich rechts fahr, also ich glaube da bist du sicher nehm mal den da mit, weil wir so spaß dran haben ja, okay irgendwo habe ich gemerkt dass es nicht klappt ja, okay irgendwo habe ich gemerkt dass es nicht klappt ja 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 okay ja 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 Oh man kann jetzt mittlerweile bremsen nicht mehr so nass oh god sehr geil voll verkackt wie immer ok hier liegt einiges drin das kenne ich noch nicht sehr geil gebaut oh oh wenn ich hier runterfahre komme ich nicht mehr hoch glaube ich ja